Guten Tag, mein Name ist Klaus Meier von der Firma TDK Mikronas hier in Freiburg und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen zu einem unserer wichtigsten Produkte, den Hall-Sensoren. Was sind Hall-Sensoren? Das sind Sensoren, die man verwendet, um Magnetfelder zu messen. Und wofür braucht man das? Man braucht das beispielsweise, um die Position von beweglichen Teilen zu bestimmen. Und eine unserer Hauptanwendungen ist in der Automobilindustrie, zum Beispiel, stellen Sie sich vor, ein Fenster. Das Fenster fährt auf und ab und versinkt dabei in der Verschalung der Tür irgendwo. Wenn man jetzt irgendwo unten am Fenster einen Magneten montiert und dieser Magnet macht die Bewegung auf und ab mit und fährt dabei an einem unserer Hall-Sensoren vorbei, dann kann der Hall-Sensor an das Auto zurückmelden. Fenster geht auf, Fenster geht zu, Fenster ist geschlossen, Fenster ist geöffnet. Genau, das ist eine mögliche Anwendung. Weitere Anwendungen werde ich gegen Ende des Vortrags noch vorstellen. Hier eine kurze Übersicht über den Vortrag. Ich werde erst einen kurzen Überblick geben über die Firma TDK Mikronas. Wer sind wir eigentlich? Dann wird es ein kleines bisschen technischer. Da führe ich ein bisschen ein in die Physik hinter unseren Hall-Sensoren. Da geht es um den sogenannten Hall-Effekt und ich stelle das Messprinzip vor, was eben hinter unseren Sensoren steckt. Als nächstes zeige ich Ihnen, welche wesentlichen Prozessschritte notwendig sind, um solche Hall-Sensoren, wie wir sie herstellen, in Silizium-Halbleiter-Technologie eben herzustellen. Und zu guter Letzt komme ich noch einmal zurück auf weitere Anwendungen von Silizium Hall-Sensoren. Gut, wer sind wir? TDK Mikronas. Man hört es schon im Namen. Wir gehören zu der TDK Corporation, eines der großen Elektronikunternehmen auf der Welt, gegründet in den 30er Jahren in Japan zur Vermarktung von Feriten und eben seit 2016 gehört die Mikronas als TDK Mikronas zu der TDK Corporation. Heutzutage hat TDK über 100.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und vertreibt eine große Palette an Produkten. Hier so ein kleiner Überblick. Es fängt an bei passiven elektronischen Bauelementen wie PE-Zoelementen, Schutzelementen oder Kondensatoren, über Festplattenköpfe von diesen herkömmlichen Festplatten mit einem beweglichen Kopf, der über eine Scheibe fährt, Akkus für Smartphones, aber auch für größere Anwendungen, Stromversorgungsmodule, Speicherchips und eben ein großer Bereich sind die Produkte für Sensoranwendungen. Wenn wir uns jetzt die mal ein bisschen genauer angucken, Produkte für Sensoranwendungen, gruppiert hier so ein bisschen nach den entsprechenden Tochterfirmen der TDK, dann geht es hier von Ultraschallsensoren, die man benötigt, um Fingerabdrücke zu messen, beispielsweise um elektronische Geräte freizuschalten, über eine ganze Reihe an unterschiedlicher MEMS-Sensoren. Da gibt es Beschleunigungssensoren, die Ihnen beispielsweise sagen, in welcher Lage befindet sich mein Smartphone gerade Mikrofone, Drucksensoren, Temperatursensoren und eben eine große Gruppe sind auch die Magnetfeldsensoren und dort insbesondere und vertreten durch Mikronas die Hallsensoren. Die Magnetsensoren innerhalb der TDK sind organisiert in der Magnetic Sensors Business Group mit Sitz in Nagano in Japan und auch der Hauptsitz der TDK befindet sich in Japan in Tokio. Einer der großen Fertigungsstandorte ist in Dongguan in China mit der Firma SAE Magnetics auch schon seit den 80er Jahren eine Tochter der TDK und eben das Zentrum für die Hallsensoren innerhalb der TDK sind wir, Mikronas, hier in Freiburg mit der Entwicklung, der Herstellung und der Vermarktung der Hallsensoren. Eine weitere Tochter der Mikronas befindet sich in Löwen in Belgien mit der Firma ICsense, die sich spezialisiert hat eben auf das ASIC Design, Schaltkreis Design für die entsprechenden Sensoren. Noch einmal kurz, Mikronas selbst, gegründet in den 50er Jahren im Raum Düsseldorf als die Firma Intermetall zur Vermarktung von Dioden und Transistoren. Wie gesagt seit 2016 Teil der TDK Group mit dem Namen TDK Mikronas und 2019 der große Meilenstein von über 5 Milliarden verkauften Hallsensoren. Am Standort hier in Freiburg und eben zusammen mit der Firma ICsense in Belgien hat Mikronas über um die 1000 Mitarbeiter, die eben auf dem Bereich der Hallsensoren arbeiten, aber auch andere Magnetfeldsensoren, der TMR Sensoren sowie Motorcontrollern. Ich werde aber heute wie gesagt mich auf die Hallsensoren konzentrieren. Gut, damit kommen wir auch schon zum Thema. Es wird jetzt ein bisschen technischer. Ich erkläre ein bisschen was zu dem physikalischen Effekt, der hinter den Hallsensoren steckt. Das ist der sogenannte Hall-Effekt und gleichzeitig führe ich sie ein bisschen ein in das Messprinzip, was wir verwenden eben um Magnetfelder hier zu messen. Gut, wenn wir den Hall-Effekt betrachten wollen, dann betrachten wir bewegte Ladungen, die sich in einem Magnetfeld bewegt. Also elektrische Ladungen, die sich durch ein Magnetfeld bewegt. Und typischerweise betrachten wir den Fall, der hier unten so ein bisschen skizziert ist, nämlich ein rechteckiges Stück eines leitfähigen Materials. Also im Prinzip ein kleines Stückchen Metall, eine rechteckige Platte und wir nennen das die Hall-Platte. Wenn jetzt durch diese Hall-Platte ein Strom fließt, dann bedeutet das, dass Ladungsträger durch durch den Leiter, durch diese Metallplatte durchfließen. Wir stellen uns also hier jetzt, wie hier dargestellt, die Platte vor, als würde sie hier senkrecht parallel, also hier so parallel, in der Bildebene stehen und das Magnetfeld senkrecht zur Hall-Platte stehen, also in das Bild hinein zeigen. Also bewegen sich die Ladungsträger, die Elektronen in diesem Fall, senkrecht zum Magnetfeld entlang dieser Platte. Und dann kennen wir aus der Physik den Effekt, dass bewegte Ladungen im Magnetfeld durch eine Kraft abgelenkt werden von ihrer eigentlichen Bahn und das ist die sogenannte Lorentzkraft. Die Lorentzkraft hat eine Richtung und die Richtung lässt sich bestimmen durch die sogenannte Drei-Finger-Regel. Da zeigt der Daumen in Richtung der Stromrichtung, das ist diese Richtung. Der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfeldes, das geht also in die Bildebene jetzt hinein und der Mittelfinger zeigt nach oben in Richtung der resultierenden Lorentzkraft, also werden die Elektronen nach oben abgelenkt. Das ist hier auch dargestellt, die Elektronen sammeln sich aufgrund der Lorentzkraft an der Oberkante hier dieser Hall-Platte an und entsprechend bleiben auf der Unterkante positive Ladungen zurück. Wir haben also eine Ladungstrennung. Oben negative Ladungen, unten positive Ladungen und entsprechend baut sich ein elektrisches Feld zwischen diesen beiden Ladungen auf und das ist nichts anderes als das Feld eines Plattenkondensators. Dieses Feld verursacht eine Kraft auf die Ladungsträger und diese Kraft wirkt der Lorentzkraft entgegen und irgendwann stellt sich ein Gleichgewicht ein. Dann haben wir die Lorentzkraft, die die Ladungsträger nach oben treibt, die elektrische Kraft, die die Ladungsträger zurück nach unten treibt. Irgendwann gibt es ein Gleichgewicht, die Summe der Kräfte ist null und die Ladungsträger können sich wieder frei durch den Leiter bewegen. Die Situation, die wir hier haben, ist im Prinzip nichts anderes als ein Plattenkondensator. Wir haben oben negative Ladungen, auf der oberen Platte, auf der unteren Platte positive Ladungen und für den Plattenkondensator wissen wir genau, wie das elektrische Feld zu beschreiben ist in einer mathematischen Formel. Das ist einfach die Spannung zwischen den beiden Kondensatorplatten geteilt durch den Abstand der Platten. In diesem Fall nennen wir die Spannung UH, das ist die Hallspannung, und der Abstand der Platten, das entspricht genau der Höhe D der Hallplatte. Also das elektrische Feld ist Hallspannung geteilt durch Abstand D. Und damit können wir jetzt, wenn wir diese ganzen Annahmen, die wir gerade getroffen haben, zusammenpacken in eine Gleichung, können wir eine Gleichung für die Hallspannung herleiten. Die habe ich hier immer aufgeschrieben, aber noch interessanter für uns ist eigentlich, wenn wir diese Gleichung umstellen nach dem Magnetfeld B, denn das ist ja das, was wir eigentlich am Ende messen wollen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Gleichung. Auf der einen Seite steht das B, auf der anderen Seite stehen die Unbekannten, die wir bestimmen müssen. Das ist einmal die Hallspannung UH, die müssen wir messen. Dann steht oben im Bruch die Höhe der Hallplatte D. Das hat also was mit der geometrischen Realisierung unserer Hallplatte zu tun. Unten steht das AH, das ist die sogenannte Hall-Konstante, das ist eine Materialkonstante. Das variiert also je nachdem, welches Material wir für unsere Platte verwenden. Und außerdem taucht dann da noch der Strom I auf. Den wiederum legen wir anfangs fest, indem wir einen Strom anlegen. Gut, das heißt im Endeffekt, wir müssen wissen, wie unsere Hallplatte beschaffen ist. Also das D und das AH, die Hall-Konstante, müssen wir kennen. Und wir müssen einen bekannten Strom aufprägen. Wenn wir dann die Hall-Spannung messen, kennen wir das Magnetfeld. Und das führt mich dann auch schon auf das eigentliche Messprinzip. Ich stelle das hier nochmal schematisch dar. Also das Graue ist wieder die Hallplatte. Die Hallplatte steht so parallel zur Bildebene und das B-Feld, das Magnetfeld, zeigt in die Bildebene hinein. Jetzt legen wir links und rechts eine Spannung an, hier V-Supply genannt, die Versorgungsspannung. Und dadurch fließt dann ein Strom durch die Hallplatte von links nach rechts oder rechts nach links, je nach Polarität. Wir messen diesen Strom, also kennen wir den Strom. Und dann baut sich die Hall-Spannung auf, die wir oben und unten abgreifen. Wir bestimmen also mit einem Spannungsmessgerät die Hall-Spannung UH zwischen Oberkante und Unterkante, wie gerade eben vorgestellt. Und damit können wir das Magnetfeld bestimmen. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir können jetzt einen Hall-Sensor konstruieren. Aber wir möchten das Ganze in miniaturisierter Form machen, denn das Ganze soll ja in der Elektronik eines Autos verbaut werden können oder auch andere Anwendungen wie zum Beispiel Smartphones. Dafür ist es notwendig, dass wir erstens die Bauteile möglichst klein produzieren können und zweitens auch in großer Stückzahl produzieren können. Und beide Punkte werden eben erfüllt, wenn wir uns wegbewegen von dieser Vorstellung, die wir gerade eben hatten, mit einem Stückchen Metall und Messgeräten, die wir anschließen, hin zur Halbleiter-Technologie, Silizium-Halbleiter-Chips. Hier gibt es noch eine Besonderheit. Diese Silizium-Chips werden üblicherweise in Schichten produziert, die übereinander geschichtet werden. Und dabei ist es erstmal einfach, eine sogenannte horizontale Hall-Platte zu realisieren. Das heißt, es ist eine Platte, die sich parallel zu den Schichten des Silizium-Chips befindet und damit sensitiv ist auf Magnetfelder, die senkrecht zur Chip-Ebene zeigen. Ich hatte ja gesagt, die Hall-Platte soll immer senkrecht zum Magnetfeld zeigen. Was ein bisschen komplizierter ist bei Silizium-Chips, ist die Realisierung einer sogenannten vertikalen Platte. Das ist also eine Platte, die Felder messen kann, die sich parallel zur Chip-Ebene befinden, die in dieselbe Richtung zeigen wie die Chip-Ebene. Aber hier kann man ein paar Tricks anwenden und das Ganze schlau designen und dann ist es eben auch tatsächlich möglich, solche vertikalen Hall-Platten zu realisieren. Und das tun wir. Und wenn man das Ganze kombiniert in einem Chip, horizontale Platten und vertikale Platten, dann lassen sich tatsächlich durch die Kombination Sensoren realisieren, die das Magnetfeld in allen drei Raumdimensionen, also 3D-Magnetfeld-Sensoren, realisieren. Gut, wie stellen wir nun also solche Silizium-Hall-Sensoren her? Im Wesentlichen brauchen wir fünf große Prozessschritte. Das ist einmal der sogenannte Frontend-Wafer-Prozess, wo der Silizium-Wafer hergestellt wird, auf dem sich die Hall-Sensoren befinden. Dieser Wafer geht dann, ich sollte wahrscheinlich erzählen, was ein Silizium-Wafer ist. Also Silizium ist das Ausgangsmaterial dieser Halbleiter-Technologie. Das ist ein hochreiner Kristall und der wird in sehr dünne Scheiben geschnitten. Das sind dann runde Scheiben von ungefähr dieser Größe, also sehr dünne, sehr dünne, runde Scheiben. Und das Ausgangsmaterial, darauf werden dann verschiedenste Prozesse in übereinander gelagerten Schichten vorgenommen, um den Hall-Chip zu realisieren auf diesem Silizium-Wafer. Wenn dieser Wafer fertig ist, dann geht er zunächst mal in einen elektrischen Test, den sogenannten Wafer-Test, von dort aus ins Assembly. Auf jedem Wafer befinden sich am Ende viele, viele tausend Silizium-Chips. Im Assembly werden diese Chips dann vereinzelt. Das bedeutet, der Wafer wird zersägt in seine vielen einzelnen Chips und die Chips werden verpackt im sogenannten Assembly. Von dort aus geht es in einen weiteren elektrischen Test, den sogenannten Final-Test, und schließt ins Finishing, wo die Bauteile verpackt werden, sodass die Kunden sie dann auch weiterverarbeiten können. Jetzt gehe ich im Einzelnen noch mal kurz auf diese Prozessschritte ein. Ich zeige hier unten links mal ein Foto von einem solchen Hall-Sensor in Silizium-Technologie. Da befindet sich in der Mitte, in dem gelben Kasten, das eigentliche Hall-Element. Da sind also die Hall-Platten, die ich vorhin vorgestellt habe. Alles andere außenrum auf diesem Silizium-Chip dient der Spannungsversorgung, der Auswertungslogik verschiedener Sicherheitsmechanissen, die eingebaut werden müssen und so weiter. Sie sehen, es ist also ein sehr komplexes Bauteil, aber es kann extrem klein gemacht werden. Nämlich diese Kantenlänge hier beträgt nur wenige Millimeter. Und entsprechend, wenn wir uns dann vorstellen, wir haben eine solche Silizium-Scheibe, auf denen wir diese Chips realisieren, passen auf diese Scheibe viele, viele tausend Kopien ein- und desselben Chips. Diese Silizium-Wafer werden prozessiert in sogenannten Reinräumen, wo die Luft gefiltert wird und andere Maßnahmen getroffen werden, um diese Räume möglichst sauber zu halten. Denn jede noch so kleine Verunreinigung kann zu schadhaften Bauteilen führen, die wir dann am Ende entsprechend aussortieren müssen. Und das ist natürlich etwas, was nicht gewollt ist. Damit komme ich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem sogenannten Wafer-Test. Wenn die Silizium-Wafer fertig sind, fertig prozessiert sind und die fertigen Silizium-Hall-Sensoren enthalten, dann gehen sie in den ersten Test. Da werden sie auf eine Scheibe gelegt und von oben fahren elektrische Kontaktnadeln auf die Bauteile herunter, kontaktieren die Bauteile also elektrisch, versorgen sie mit Spannung und machen elektrische Tests, die festlegen können, ist das ein gutes oder ein schlechtes, also ein schadhaftes Bauteil. Und solche schadhaften Bauteile werden aussortiert. Des Weiteren kann man in diesem Wafer-Test schon eine erste Kalibration der Bauteile vornehmen. Es ist nämlich so, dass Silizium-Chips generell nicht nur für Hall-Sensoren, sondern ganz allgemein eine Temperaturabhängigkeit aufweisen. In unserem Fall würde das bedeuten, wenn ich ein und denselben Magneten draußen einmal im Winter und einmal im Sommer messe, dann würde ich leicht unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Denn der Silizium-Chip verändert seine Eigenschaften eben mit der Umgebungstemperatur. Das ist natürlich nicht gewollt. Wir wollen, dass das immer das gleiche Ergebnis liefert und deswegen wird diese Temperaturabhängigkeit im Wafer-Test herauskalibriert. So, von da aus, wir haben jetzt also unsere schon mal vorkalibrierten und sortierten Bauteile auf dem Wafer und jetzt möchten wir die Bauteile einzeln im Gehäuse verpacken. Dazu werden die Wafer zersägt in eben diese vielen tausend Einzelbauteile und die einzelnen Bauteile werden in solche Gehäuse, wie sie hier rechts gezeigt sind, verpackt. Dazu werden sie zunächst auf eine Leiterplatte, das nennt man Leadframe, aufgeklebt und dann mit diesen feinen Drähten werden die elektrischen Kontakte der Siliziumchips auf diese sogenannten Leadfinger, die dann aus dem Gehäuse rausragen, herausgeführt. Wenn das geschehen ist, wird das Ganze noch im Spritzgussverfahren in Gehäuse vergossen und am Ende noch einmal vereinzelt, sodass zum Schluss eben diese kleinen elektronischen Bauteile übrig bleiben, die man vielleicht auch schon kennt. So können unsere Endkunden die dann auch weiterverarbeiten, entweder auflöten oder sogar schweißen. Gut, jetzt können wir natürlich auch in diesem sogenannten Assembly, also Montageprozess, noch Beschädigungen vorfinden und solche Beschädigungen wollen wir natürlich aussortieren, damit sie nicht an den Kunden ausgeliefert werden und dafür gibt es einen weiteren elektrischen Test, den Final-Test. Außer dem Aussortieren von beschädigten Bauteilen können hier weitere Kalibrationen vorgenommen werden. Einerseits gibt es eine weitere Eigenschaft von Silizium, nämlich dass sich die Charakteristik des Siliziumchips auch verändern kann durch mechanische Kräfte, die einwirken und eben das Spritzgussgehäuse drückt auf den Siliziumchip zu einem gewissen Maße und hat damit einen Einfluss auf die Eigenschaften des Sensors. Das ist etwas, was man hier zum Teil im Final-Test kompensieren kann und außerdem möchten wir noch eine magnetische Kalibration vornehmen, denn wir erinnern uns, die Materialeigenschaften gehen über die Hall-Konstante aH in das Magnetfeld ein, das bestimmt werden kann, genauso wie die geometrische Ausdehnung, das war jetzt hier in unserer Herleitung vorhin die Höhe d. Beides sind Größen, die in der Produktion von Siliziumchips zwar sehr stabil ist, aber dennoch gewissen Schwankungen und Variationen unterliegt und damit würde für ein und dasselbe Magnetfeld auch eine gewisse Variation in dem Ausgangssignal für unterschiedliche Sensoren bestehen. Das ist auch etwas, was wir vermeiden möchten und deswegen gibt es noch eine Kalibration mit externen Magnetfeldern, wo also ein bekanntes Feld angelegt wird und die Antwort der Chips gemessen wird und dann so abgeglichen wird, dass alle Chips dieselbe Antwort für dasselbe Magnetfeld geben. Der letzte Schritt ist das sogenannte Finishing, wo die fertigen Bauteile verpackt werden. Das passiert üblicherweise heutzutage in diesen schwarzen Gurten mit kleinen Täschchen drin, wo die Bauteile eingelegt werden, dann kommt eine Folie oben drauf geschweißt und das Ganze wird auf eine Rolle gerollt und in der Form können es die Kunden dann in ihre Bestückungsautomaten, in ihren Fertigungslinien wieder verarbeiten. Gut, dann komme ich damit noch einmal zurück zu den Anwendungen unserer Hallsensoren und eines der großen Anwendungsgebiete unserer Kunden ist in Fahrzeugen, im Auto und hier zeige ich das mal so ein bisschen gruppiert nach gewissermaßen der Komplexität der Anforderungen oder der Anwendung, für die der Sensor verwendet werden soll. Das fängt an bei den sogenannten Hall-Schaltern. Das ist also einfach nur ein Sensor, der sagt, ja, es ist ein Magnetfeld da oder nein, es ist kein Magnetfeld da. Wo brauche ich das? Beispielsweise in der Gurtschnalle. Dieser Sensor kann feststellen, ist die Schnalle eingesteckt oder ist sie nicht eingesteckt. Das ist eine relativ einfache Anwendung, aber auch sehr wichtig, denn ansonsten das ist eine berührungslose Positionsmessung. Ansonsten bräuchte man da zum Beispiel einen Schalter, der dann also jedes Mal gedrückt wird, wenn die Schnalle ins Gurtschloss gesteckt wird. Das unterliegt natürlich Verschleiß und das ist einer der Vorteile unserer Hallsensoren, dass es hier verschleißlos arbeiten kann. Nächst höheres Level an Komplexität wäre dann eine Messung einer eindimensionalen Bewegung, wie beispielsweise beim Bremspedal. Das Pedal wird getreten und dann bewegt sich hinten irgendeine Stange. Wenn man jetzt an dieser Stange einen Magneten befestigt und das Bremspedal wird getreten, bewegt sich der Magnet und der bewegt sich an unserem Hallsensor vorbei und der Sensor meldet zurück an die Fahrzeugelektronik, wie weit die Bremse getreten ist. Und dann sozusagen als Königsdisziplin die 3D Hallsensoren, also volle dreidimensionale Vermessung des Magnetfeldes, Amplitude des Feldes. Man kann eine Rotation, also man kann Winkel bestimmen, Rotationsbewegungen messen und hierzu eine mögliche Anwendung noch auf der nächsten Seite. Hier rechts im Bild die Darstellung von so einem Kontrollknopf des Multimedia-Systems eines neuen, eines modernen Fahrzeugs. Diese Knöpfe, die kann man beispielsweise drücken, um Enter zu drücken. Man kann sie drehen oder auch kippen. Das heißt, man führt ja unterschiedliche Bewegungen aus, um sich dadurch diese Menüs durchzubewegen. Und wenn man nun unten an diesem Steuerknopf einen Magneten montiert, dann vollführt dieser Magnet sämtliche Bewegungen nach, also entweder geht rauf und runter beim Drücken oder dreht sich mit oder er schwenkt so über unseren Sensor, wenn man den Steuerknopf so hin und her kippt. Und all diese Bewegungen kann der 3D-Sensor tatsächlich eben messen und auch unterscheiden und entsprechend an die Steuerungselektronik zurückmelden, was eben getan wurde. Tatsächlich sind hier auf der Seite zwei Screenshots von YouTube-Videos, die ich jetzt hier nicht zeigen kann, aber ich zeige unten die Links. Wer Interesse hat, kann sich das gerne mal anschauen. Das ist sehr schön aufbereitet und man versteht vielleicht noch mal besser, wofür unsere Sensoren zum Einsatz kommen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und möchte noch den Hinweis geben, wir stellen gerade ein. Wir haben sehr viele spannende Stellenausschreibungen. Besuchen Sie unsere Website auf www.micronas.tdk.com. Wir würden uns sehr freuen. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.